Leute, wir hatten gestern erst über den bevorstehenden Breakout hier im Bitcoin gesprochen. Kurz danach ist er bereits vollzogen worden. Auch über den potenziellen Shortscrease hatten wir gesprochen, der jetzt ebenfalls stattgefunden hat. Wir stehen wieder über dem letzten All-Time-High und sehen jetzt gerade zum Aufnahmezeitpunkt den Retest des All-Time-Highs aus 2017. Untergeordnet haben sich auch sehr, sehr interessante Strukturen gebildet, über die wir definitiv sprechen müssen. Von daher solltest du unbedingt bis zum Ende dranbleiben, denn ebenfalls unsere Trades, Leute, stehen mittlerweile wunderschön im Profit. In Ethereum seit dem 50er-Entry mittlerweile 8,66%. In ApeCoin haben wir darüber gesprochen, der Markt bereitet sich auf den nächsten Breakout vor. Nächstes Take-Profit-Target erreicht 61 Achter, 17,1% ohne Hebelrendite. Und auch in CAV habe ich gestern noch einen kurzen Beitrag gepostet mit 13,49% Rendite. Also Leute, jede, jede Menge spannende Themen heute hier in diesem Crypto-Update. Und wenn du das in Zukunft nicht mehr verpassen willst, vollkommene Transparenz hier auf diesem Kanal, hey, dann würde ich dir empfehlen, unbedingt ein Abo da zu lassen, die Glocke aktivieren und auf alle stellen. Und natürlich, wenn dir der Content gefällt, smash the Like-Button und wir starten rein mit dem Content. Wir schauen uns an, was sind die letzten 24 Stunden hier auf den Crypto-Märkten passiert. Wir standen eben noch kurzzeitig über der 900 Milliarden US-Dollar-Marke. Wir haben ein Aufatmen gesehen von 3,55% in den letzten 24 Stunden. Und natürlich auch Ethereum mit fast 7% Gain in den letzten 24 Stunden. Wir sehen es im ETH-BTC-Chart, wo wir ebenfalls weitere Gains einfahren konnten, Leute. Also sehr, sehr schöner Tag, profitreicher Tag. Wir müssen natürlich darüber detailliert jetzt erstmal sprechen. Und deswegen lasst uns keine Zeit verschwenden. Let's get started. Und heute starten wir mal direkt wieder mit der 4-Stunden-Chart. Falls du die letzten beiden Updates-Videos verpasst hast, schau sie dir unbedingt noch einmal an. Und vollkommene Transparenz hier auf diesem Kanal. Wir haben alles so im Vorfeld besprochen. Ich blende sie dir kurz einmal ein. Aber wir starten direkt mit der 4-Stunden-Chart. Zum Aufnahmezeitpunkt des gestrigen Videos standen wir in folgenden Regionen, Leute. Und wir haben richtig identifiziert, die Marktlage, die Price-Action, sie spitzt sich zu. Wir können sehr, sehr zeitnah mit einem Breakout rechnen. Sei mal dahingestellt, ob der Breakout nach oben hin erfolgt oder nach unten hin erfolgt. Wir haben hier auf diesem Kanal immer einen klaren Plan. Wir sind nicht all-out-bullish, wir sind nicht all-out-bärisch. Nein, wir betrachten das Ganze sehr, sehr differenziert. Jetzt ist folgendes passiert, Leute. Die Levels to Watch waren zum einen einmal diese absteigende Trendlinie und einmal diese Daily-Marke, wo ich gesagt habe, hey, aus Bullensicht müssen wir die definitiv halten. Und wir dürfen einen Daily-Candle-Close darunter nicht sehen. Was haben wir jetzt mit dem Daily-Candle-Close gemacht? Wir haben den hier drüber, über diese absteigende Trendlinie hin geschlossen, positiv zu bewerten für die Bullen. Nichtsdestotrotz, Leute, die Vorfreude ist noch einfach zu früh. Warum? Wir haben auch darüber gesprochen, dass wir diesen Breakout mit vernünftigen Volumen sehen wollen. Und wenn wir uns diese Volumenkette hier einfach mal anschauen, dann ist das nichts Weltbewegendes im Vergleich zu den letzten Volumenkerzen hier zum Schluss. Und von daher, Leute, es gibt wieder einmal einen schöneren Breakout als den jetzt zuletzt. Nichtsdestotrotz haben wir den Breakout erfolgt oder ist erfolgt. Es kam auch zum Retest und danach zu weiteren Gains. Wir schauen uns auch hier noch einmal in der 1-Stunden-Chart das Volumen an. Hier ist es letzten Endes mit ein bisschen mehr Volumen erfolgt als im 4-Stunden-Chart. Dieser Breakout im 1-Stunden-Time-Frame. Von daher eine ganz, ganz schwierige Lage hier gerade aktuell zu bewerten. Warum, Leute, auch warum es aus meiner Sicht weiterhin noch zu früh ist für einen kurzfristigen Trade hier in Bitcoin ist folgendes, Leute. Wir haben, habe ich gesagt, sehr, sehr interessante Strukturen in den untergeordneten Timeframes gebildet. Wir haben hier folgende grüne bullische Struktur wunderschön aktiviert und auch in Ziel getragen. Bis ins 161,8er Bullen-Ziellevel erreicht. Danach darf es zur Korrektur kommen, was wir jetzt auch gerade sehen. Aber was wir ebenfalls hier für ein Level drin haben, Leute, ist weiterhin das bärische interne Level hier in Rot. Und von daher haben wir soweit erst nur eine Bestätigung. Ihr wisst es, Leute. Ich brauche mindestens zwei Bestätigungen, um in einen Trade einzugehen. Die zweite Bestätigung wäre folgendes gewesen. Wir brechen das bärische Level hier in Rot. Und zeitgleich hätten wir damit auch unsere dritte Bestätigung bekommen, den Bruch dieses Highs. Und von daher, Leute, ist es aus meiner Sicht weiterhin immer noch zu früh, um hier in einen Trade einzugehen. Denn es kann auch weiterhin wieder zu einem Fake-Out kommen. Wir haben es gerade im Volumen gesehen. Nicht das gewünschte Volumen gesehen, was ich mir erhofft habe. Und von daher kann es auch definitiv weiterhin hier zum Breakdown kommen und auch dieses Level weiterhin in Gefahr ist. Und von daher, Leute, aus meiner Sicht, ich mache hier vorerst Trade-technisch noch gar nichts. Sollte jetzt diese Bestätigung kommen, das Level-to-Watch hier aus Bullensicht, definitiv dieser Wendebereich in grün. Hier müssen die Bullen reagieren. Das heißt, in der Range von, noch einmal kurz eingezeichnet für euch, 19.627 runter bis 19.350 ist wirklich das Level, was aus Bullensicht jetzt halten muss, um diese nächsten Bestätigung für mich hier in den Markt hereinzubringen. Und dann sind wir wieder ready to trade. Sollte dieses Level jetzt hier nicht halten, Leute, sollte der Markt das machen, wollen wir nicht mehr sehen aus Bullensicht. Und dann spricht alles ganz, ganz klar für bärische Price-Movements. Und dann kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir auch das ausgemachte Daily-Level hier, Leute, in grün dargestellt bei knapp 18.962, dass das nicht halten wird und wir somit noch einmal in die Region von 17.200, die Akkumulationslevel, langfristigen Kauflevel meinerseits, kommen werden. Also, Leute, Vorfreude ist noch zu früh hier in Bitcoin. Ich brauche erst soweit noch diese letzte oder diese zweite Bestätigung. Und von daher müssen wir hier in Bitcoin erst noch einmal abwarten. Aber definitiv positiv zu bewerten, was jetzt in den letzten 24 Stunden passiert ist mit diesem Breakout. Denn wir hätten auch ganz schnell den hier machen können. Und dann hätten wir gar nicht über diese folgenden Szenarien hier sprechen können. Und wir können den Markt jetzt erneut zwingen, aus diesem Level hier heraus zu reagieren. Und mit diesen Price-Movements in Bitcoin haben sich unsere Trades wunderschön weiter ausgespielt und die nächsten Profit-Targets erreicht. Hier in Apecoin stehen wir mittlerweile seit unserem Entry vom 50er-Level bei sage und schreibe 17,1%. Wir sind Break-Even seit diesem Wig hier. Ich habe gesagt, Leute, hey, ich möchte den Markt hier unten im blauen Rechteck, Wendebereich, Kaufbereich nicht mehr sehen. Ich ziehe meinen Trade auf Break-Even, also ich ziehe meinen Stop-Loss auf meinen Einstiegspreis am 50er. Und ihr solltet es mal sehen, wir wurden nicht ausgestoppt. Wunderschön analysiert und danach kam es zur Konsolidierungsphase. Haben wir auch darüber gesprochen, ey, Apecoin macht sich bereit hier für den nächsten Big Move. Und so ist da passiert. Und da hatte ich auch euch mein nächstes Profit-Target durchgegeben, Leute. Alles transparent hier auf diesem Kanal. 61,8, die Golden Ratio, war für mich das nächste interessante Profit-Target. Was wurde erreicht? Wunderschön abgearbeitet. 17,1% Rendite, Leute. Und von daher herzlichen Glückwunsch an jeden Einzelnen, der hier in Apecoin mit uns, mit mir am Start war. Gerne einmal in die Kommentare einsteuern. Hey, konntest du hier gemeinsam mit uns profitieren? Würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Ansonsten, wie schaut es jetzt hier weiter aus mit Apecoin? Müssen wir einmal kurz weiter analysieren. Ich cleane einmal kurz den Chart. Räume hier kurz das Ding einmal auf. Denn natürlich befindet sich der Markt jetzt erst einmal in diesem Bären-Level. Und hat auch erst einmal heraus reagiert. Darf er absolut, absolut legitim. Nichtsdestotrotz, wenn wir uns untergeordnet das Ding mal anschauen, haben wir hier schöne Strukturen gebildet, Leute. Ein stabiles Fundament, stabiles Konstrukt. Eine wunderschöne Sequenz aktiviert. Und wir schauen uns mal an, wo die nächsten Targets, die Ziellevel dieser Struktur liegen. Und die liegen am oberen Ende bis hin zur 100% Korrekturmarke. Unser nächstes Take-Profit-Szenario hier in Apecoin. Das heißt, wir ziehen, sage ich mal, in diesem Bereich den Trade auf Break-Even. Hier haben wir unser Profit-Target erreicht. Und hier liegt unser nächstes Teil-Profit-Target. Das heißt, auf dem Weg nach oben nehmen wir immer wieder Teil-Profite mit. Aber wir können natürlich auch die Chance nutzen, wenn es interessante Re-Entry-Möglichkeiten gibt, unseren Trade wieder nach oben hin zu skalieren. An dieser Stelle möchte ich meinen Trade noch nicht weiter nach oben skalieren. Warum? Weil wir letzten Endes noch aus einem bärischen Level reagieren. Wir haben jetzt erstmal nur diese Sequenzaktivierung gesehen. Wir haben eine wunderschöne Reaktion aus unserem Kaufbereich gesehen. Doch es fehlt uns auch hier noch an Bestätigung, um jetzt einen erneuten Trade hier einzugehen, um ihn wieder hoch zu skalieren. Das heißt, dieses Level, wo der Markt jetzt gerade anläuft, erstmal bitte nicht traden. Ich selber mache es nicht. Ganz, wie gesagt, keine Anlageempfehlung auf diesem Kanal. Ich kann nicht sagen, was ihr machen sollt oder was ihr machen werdet. Ich sage immer nur das, was ich mache. Meine Trade-Idee, meine Trade-Erfahrung und das, was das SK-System mir hergibt. Also ich werde meinen Trade hier erstmal nicht hoch skalieren. Ich möchte jetzt letzten Endes mir diese finale Bestätigung geben lassen mit dem Bruch der bärischen Szenarien, Ziellevel-Erreichung, wo ich meine nächsten Teil-Profite hier in Apecoin sichere und dann mit dem nächsten Korrektur-Level erneut meine Position nach oben skaliere. Das ist der Fahrplan hier für Apecoin, Leute. Und bevor wir jetzt gleich mit dem nächsten profitreichen Trade hier in Curved DAO tauchen, CRV, Ethereum und IFBTC weitermachen, möchte ich einmal auf folgende Neuigkeiten zu sprechen kommen, Leute. Erstens, der Crypto 4 and Greed Index liegt zwar immer noch im Extreme 4 Bereich, doch bei einem Wert von 19. Und Leute, jetzt haltet euch mal fest, wann haben wir diesen Wert zuletzt gesehen? Vor dem Terra Luna Crash, also am 7. Mai. Seither sind wir in dieser Region von 10, 9, 8, 12, 17 immer wieder hin und her gependelt. Doch heute kam hier mal ein leichtes Relief-Movement rein. Sehr, sehr interessant zu beobachten mit dem letzten Price-Movement über das letzte All-Time-Hive aus 2017 gesehen wieder. Sehr, sehr interessant. Ebenfalls, was ich sehr, sehr witzig finde, Leute, ist diese Bezeichnung. Der größte Teil der sogenannten Krypto-Touristen hat während des Abschwungs das Handtuch geworfen. Von daher, die Short-Term-Holder, die nur auf, sage ich mal, kurzfristige Profite aus waren und wohl wirklich geslaudert wurden hier auf den Kryptomärkten, die sind rausgespült worden und wir verbleiben nur noch unter uns, Leute, den langfristig orientierten Investoren. Und ebenfalls die Aktivität im Erhalt des Netzwerkes fiel ebenfalls dramatisch zurück und bewegt sich jetzt auf dem Niveau des Bärenmärktes von 2018. Positiv zu bewerten. Vielleicht ist das ein weiteres Anzeichen für einen potenziellen Boden hier in Bitcoin. Die Zukunft wird uns die Antwort liefern. Aber jetzt springen wir wieder zurück zum nächsten Trade, Leute, CRV-Curved-DAO-Token. Ich hatte gestern noch einmal, kurz nach meiner Update-Video, ebenfalls einen Beitrag hier auf YouTube gepostet, wo wir die nächste Profit-Marke erreicht haben. 100% Korrekturmarke, 13,49% aus unserem Kauflevel am 50er-Level an der Marke, 73,6 Cent. Und danach ist der Markt noch weiter nach oben gepusht. An der Spitze standen wir auch hier mittlerweile kurzzeitig an der 20%-Marke, Leute. Gigantisch. Auch hier herzlichen Glückwunsch an jeden Einzelnen, der was mitnehmen konnte. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch hier von den Analysen profitieren könnt. Aber wie geht es jetzt weiter hier in Curved-DAO-Token? Da sprechen wir jetzt drüber, Leute. Denn mit diesen Price-Movements haben wir eine nächstgrößere Sequenz aktiviert. Ihr seht es, Leute. Wir haben das High hier herausgenommen. Wir haben ein Higher High gebildet. Und von daher gibt es neue Strukturen hier in Curved-DAO-Token, die aktiviert worden sind und auf die wir uns jetzt verlassen sollten. Das heißt, dieses Ding traden wir jetzt nicht mehr. Blendet es aus. Ihr könnt es rauslöschen. Wir fokussieren uns jetzt auf folgende nächstgrößere Struktur. Nämlich diese hier, die ich euch jetzt einzeichne. Mit ihren Zielleveln bis hin zu unserem erst einmal mittelfristigen Target, was wir auch drüber gesprochen haben. Das bärische Level. Und von daher haben wir hier einen wunderschönen Überschneidungsbereich zwischen Bullisches Ziellevel, der neuen übergeordneten Sequenz und Bärenverkaufslevel in Gelb. Sehr, sehr attraktiver Überschneidungsbereich. Das nächste Target hier für CRV. 1,18 Dollar hoch bis 1,30 Dollar. Natürlich kommt hier noch das Bärenlevel bei 1,07 Dollar, was für mich das nächste interessante Teilprofit-Target darstellt. Das heißt, hier ziehe ich dann meine nächsten Teilprofite. Schauen wir uns jetzt mal an, wie wir den Trade hier in CRV wieder nach oben skalieren können. Natürlich haben wir auch jetzt hier eine nächstgrößere Sequenzaktivierung. Ich habe gesagt, wir verlassen uns nicht mehr auf diese kleinen Strukturen. Nein, wir suchen uns jetzt die nächstgrößeren Strukturen und nehmen dieses Level hier. In diesem Fall nehme ich dieses Level hier bei 75,9 Cent als meine Skalierungsmöglichkeit, wo ich meinen Trade wieder vergrößere. Ich habe Teilprofite gesichert und diese Teilprofite nutze ich, um hier unten meinen Trade wieder nach oben zu skalieren. Die Range 75,9 Cent runter bis 71,7 Cent ist der nächste interessante Kaufbereich hier in CRV. Also Leute, Fahrplan sollte klar sein. So und zum Abschluss kommen wir natürlich auch noch zur Ethereum und EVE-BTC-Analyse bzw. Update. Aber bevor wir darauf eingehen und du es noch nicht gemacht hast, hey, dann lass gerne einen Daumen nach oben da, falls dir der Content hier auf dem Kanal gefällt und Abo natürlich, falls du noch nicht Teil der SK-Crew bist, würde ich mich freuen, wenn du es wirst. Definitiv Mehrwert, jeden Tag, tägliche Updates und immer einen klaren Fahrplan. Trade-Setups, Trade-Ideen, Trade-Möglichkeiten, das erwartet dich hier auf diesem Kanal. Kommen wir jetzt zur Ethereum-Analyse und hier drüber haben wir gesprochen über die Range, die es gilt zu halten. Wir wollten auch hier diesen Daily Candle Close nicht darunter sehen. Wir haben ihn nicht gesehen. Wir haben jetzt sogar ein Revenge-Movement gesehen. Eine wunderschöne Daily Card sind gestern hier im Ethereum geschlossen und da schauen wir uns natürlich auch jetzt mal die untergeordneten Szenarien an. Was ist passiert, Leute? Auch hier haben wir darüber gesprochen. Mein erster Trade-Versuch hier in Ethereum war das BC-Korrektur-Level. Hat soweit nicht gehalten, aber ich habe gesagt, ich versuche es erneut am Gesamt-Korrektur-Level. Und hier ist letzten Endes der Trade getriggert worden, wurde nicht ausgestoppt, läuft, lief, läuft immer noch und von daher sind wir jetzt auch hier in Ethereum in den Profits. Wir haben die 8,66% Marke erreicht und wir haben ebenfalls unser Break-Even-Level erreicht, Leute. Das heißt, ich habe jetzt meinen Stop-Loss ebenfalls auch hier in Ethereum auf meinen Einstiegspreis gesetzt, so dass ich risikofrei im Markt bin. Ich kann nichts mehr verlieren, ich kann mich entspannt zurücklehnen und das weitere Marktgeschehen verfolgen. Und wie sieht dieses weitere Marktgeschehen aus? Erstens, wir haben jetzt, wie gesagt, das Break-Even-Level erreicht, die Bärenzone, warum hier den Trade, den Stop-Loss auf den Einstiegspreis setzen, weil es hier erst einmal wieder zur Korrektur kommen kann und darf und sie auch jetzt erst mal so geschehen ist. Und ich möchte definitiv aufgrund dieser Strukturen, die wir jetzt hier gebildet haben, den Markt auch nicht mehr in diesem türkisfarbenen Wendebereich, Kaufbereich sehen. Nein, wir haben neue Strukturen entwickelt, neue bullische Strukturen hier bereits in grün eingezeichnet, die ihre Ziel-Level tragen bei 1.223. Und das ist das Target hier für Ethereum, für all diejenigen, die hier unten eingestiegen sind. Aber wir haben natürlich jetzt auch diese Reaktion hier aus dem Bären-Level, von daher kann es hier weiter zur Korrektur kommen. Und hier ist Ethereum das entscheidende Level, wo die Bullen wieder den Markt nach oben pushen müssen, bei 1.102 runter bis 1.077. Das heißt, ich möchte den Markt nicht dieses Level brechen sehen. Sollte das der Fall sein, hey, dann gilt das gleiche wie in Bitcoin. Dann sehen wir uns sehr, sehr schnell bei den letzten Lows hier aus dem 18. Juni. Nichtsdestotrotz dieses Level hier gilt es aus Bullensicht wieder zu nutzen, um den Markt nach oben zu pushen. Trade-technisch, wer den Zug verpasst hat, sollte auch jetzt nicht das Ticket lösen hier in diesem Level. Ich werde auch hier meinen Trade nicht weiter nach oben skalieren in diesem Bereich. Nein, ich möchte auch hier jetzt diese weitere Bestätigung haben, denn die Szenarien waren hier unten vollkommen anders, als sie sich jetzt neu gebildet haben. Also wir müssen jetzt erst einmal das Bärische Level hier brechen. Damit würden wir natürlich auch eine wunderschöne Sequenz Finish hier sehen. Und das wäre für mich die Bestätigung, hey, wenn es jetzt, sage ich mal, dieser Price-Movement erfolgt ist, dass ich mich dann mit dem nächsten Gesamtkorrektur-Level wieder neu positioniere, meinen Trade nach oben skaliere. Und was ist jetzt das nächste Take-Profit-Szenario? Ganz klar, hier diese Marke von 1223, das ist mein Profit-Target hier in Ethereum bei knapp 13% Rendite. Ansonsten sind wir auch hier risikofreiem Markt. Wir können uns zurücklehnen. Wunderschön, lass mich auch gerne wissen in den Kommentaren, konntest du hiervon profitieren. Abschließend, Leute, springen wir rüber zu ETH-BTC, denn auch hier sind wir natürlich weiterhin in unserem Swap. Das heißt, an diesem Level habe ich einen Teil meiner Bitcoin in Ethereum umgetauscht, in der Erwartungshaltung, dass Ethereum Bitcoin outperformt. Und genau das ist über die letzten Tage und jetzt auch Wochen passiert. Ethereum schneidet letzten Endes die letzten Wochen hier besser ab als Bitcoin. Es kam zum Price-Up-Movement von dem Paar ETH-BTC, also Ethereum im Vergleich zum Bitcoin. Und damit können wir natürlich unsere Bitcoin-Menge steigern. Das heißt, vom 50er-Level standen wir schon zwischenzeitlich bei knapp 13% Rendite. Also aus deinem einen Bitcoin, den du umgetauscht hast in Ethereum, während jetzt, wenn du diesen Swap rückgängig machst oder beziehungsweise zurück swaps, 1,13 Bitcoin. Und aktuell stehen wir hier bei 1,09 Bitcoin. Und der Markt hat tatsächlich auch nochmal hier aus dem BC-Level reagiert. Ich habe gesagt, dieses Level ist für mich kritisch zu sehen. Ich würde dieses Level nicht als Swap-Level nutzen. Hey, hat sich jetzt erstmal positiv dargestellt, dass er hier positiv heraus reagiert hat. Und wann ziehe ich jetzt meine ersten Profite? Wir sind bereits break-even. Auch hier habe ich gesagt, hey Leute, Stop-Loss auf Einstiegspreis setzen. Also diesen Swap rückgängig machen, wenn er noch einmal hier runter kommen sollte. Wir wollen ihn hier nicht mehr sehen. Er ist auch hier nicht mehr in diese Region gekommen. Wunderschön analysiert. Und wann ziehe ich jetzt meine ersten Profite? Profite hier oben in dem Bereich, in dem Ziel-Level bei 0,060636. Und weitere Profite, definitiv ein Großteil meiner Profite hier an diesem Bären-Level bei 0,063. Warum? Geben wir auch kurz einmal darauf ein. Ich habe es gesagt, wir sind nicht all-out-bullish, wir sind nicht all-out-bärisch. Wir haben ja ein differenziertes Meinungsbild hier auf diesem Kanal. Denn wir haben ganz klar diese bärischen Strukturen aktiv. Die konträr laufen zu unserem übergeordneten Kaufbereich und auch darunter liegen. Von daher ist es weiterhin möglich, dass ETH BTC in diesem Fall diesen Preis-Movement hinlegt. Und abrauscht. Deswegen haben wir unsere klaren Take-Profit-Level. Deswegen sind wir nicht gierig und saven unseren Back hier zum Großteil. Denn dieses Preis-Movement ist nicht auszuschließen. Und von daher, Leute, habt ihr auch hier den klaren Fahrplan für ETH BTC. Und falls euch das heutige Update-Video gefallen hat, falls ihr profitieren könnt, dann lasst gerne ein Like da. Falls ihr noch nicht Teil der SK-Crew bist, werdet es kostenloses Abo dalassen. Rate of Return der Unendlichkeit. Kannst ihr wirklich mit uns profitieren. Und jetzt wünsche ich euch erstmal einen wunderschönen Dienstag. Wir hören uns, wir sehen uns. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.